Ein Tiefeinsteiger von Kalkhoff, eine ganz besondere Ausführung, denn wir haben quasi einen aufgesetzten Akku, der aber gar nicht aussieht wie ein aufgesetzter Akku und das haben viele verlangt, die gesagt haben, wir möchten einen extrem leicht zu bedienenden Akku. Das heißt also ein schmales Rad, was also nicht zu groß ist, nicht diese ganz breiten Mittelrohre, sondern einfach etwas, was du einfach rausnehmen kannst als Garagenparker und den Akku aufladen kannst. So sieht es aus, also für Leute, die halt quasi das Fahrrad in den Kelle tragen oder halt auch an der Arbeit den Akku laden müssen, für die ist es halt optimal, du kannst den Akku zack zack rausnehmen, hast einen Griff und den Akku kennt ihr ja, der wird auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr, also die nächsten zehn Jahre wird der gebaut von Bosch, der wurde jetzt auch weiterentwickelt und es ist halt, hat Vorteile. Kalkhoff, was ist denn das? Kalkhoff ist ein deutscher Hersteller, kommt einer der ältesten deutschen Fahrradhersteller, kommt in der Nähe von Bremen, Kloppenburg, dort werden die Räder auch zusammenlackiert, zusammengebaut, das heißt auch in Made in Germany und gehört halt der PON-Gruppe, PON-Gruppe ist so der Importeur von VW in Holland. Ja, du bist Jack? Ich bin der Jack, genau. Ich zeige es auch gerade. Hallo Majid. Hallo Sven. 20. November 2022, wir sind in Gießen, der schönsten Stadt Deutschlands angekommen und zeigen die neuesten Fahrradrenns, Tiefeinsteiger mit breiten Reifen, also früher hatten ja Tiefeinsteiger immer wackelige Gabeln vorne, dünne Reifchen, da kann ich mich dran erinnern, das waren schnelle Fahrräder, jetzt hat man beides. Das waren beides, weil das E-Bag sieht man immer mehr als Autoersatz und da fährt man auch Schotterwege, leichte Waldwege, Straße im Winter, im Sommer und je breiter die Reifen sind, desto mehr Komfort habe ich und durch den E-Antrieb ist der Reifenabrieb, der jetzt, wenn der Reifen breiter ist, spielt ja überhaupt keine Rolle mehr. Ganz besonders hier, wir haben hier den Marathon E-Plus, das ist ein 28 Zoll. Also ein Trekkingrad, oder? Es ist ein Trekking, also ein Trekkingfelge. Achso, es gab den Reifen früher nicht, gell? Den Reifen gab es nicht, wir hatten immer die 27,5 Bereifung. Das war nämlich immer das Problem, es gab keine... Als Breite, also wir hatten dann die Mountainbikefelge, also 27,5 als Breite, diese Ballonbereifung sind alle 27,5. Oder hier haben wir bei dem Rayman hinter dir, die sind alle 27,5, die Supermoto X. Aber hier haben wir wirklich ein 28 Zoll mit der Breite. 0,5 Zoll, das ist eine ganze Menge. Das ist schon viel. Also das merkt man schon. 1,2 Zentimeter. Das merkt man schon. Also beim Fahren... Das merkst du doch nicht jetzt mal anders. Das merkt man auch früher, doch. Es liegt einfach viel besser auf der Straße, rollt natürlich viel besser. Und du siehst auch die Reifen von Schwalbe. Die Energizer, die haben eine Gummimischung, die wurde dann optimiert, damit der Abrieb geringer ist. Dadurch auch der Akkuverbrauch reduziert wird. Das hat man jetzt auch bei E-Autos. E-Autos haben wir jetzt auch optimierte Reifen. Das kommt jetzt auch im E-Bag-Bereich immer mehr rein. Eine gefederte Sattelschütze? Eine gefederte Sattelschütze. Das Fahrrad insgesamt geht Richtung Komfort. Also wenn wir jetzt vom Vorbau gehen, also wir haben einen Vorbau, den wir von der Neigung einstellen können. Wir haben einen Lenker. Das geht schon fast Richtung Hollandlenker geschwungen. Von der Geometrie her ist der Lenker viel weiter oben. Also man sitzt 90 Grad auf das Fahrrad. Und auch der Sattel, der bietet halt auch den Komfort an mit dem Federung. Eine sehr leicht zu bedienende Schaltung mit Digitalanzeige. Das heißt, du siehst... Eine Gangschaltung. Nee, du siehst aber die Ziffern explizit. Das ist ja digital. Ja, genau. Das habe ich doch gesagt. Das ist einfach ein Ring mit Nummern. Und dann kannst du es sehen. Und das Schöne ist an Nabenschaltungen. Ihr könnt dann, wenn ihr jetzt an der Ampel steht, einfach ohne Probleme das Fahrrad bedienen. Ich schalte jetzt erstmal. Ihr könnt ja sehen. Man kann einfach ohne Probleme schalten. Komm mal da rum. Ist das das gleiche Prinzip wie früher meine Fichtel und Sachs? Genau, das ist eine Nabenschaltung. Die nächste Siebengang hat den Vorteil auch, man hat weniger Verschleiß. Wenn man schaltet, durch den E-Motor, da brauche ich nur die Kette zu tauschen. Ab und zu mal hat ein Getriebeöl. Aber die Narbe ist immer auf 50 Newtonmeter eingeschränkt. Sonst würde diese Narbe auseinanderfallen. Nur die nächste 5-Gang ist auf 85 Newtonmeter freigegeben. Deswegen haben wir auch einen Motor drinne von Bosch, der 50 Newtonmeter rausgibt. Für jemanden, der jetzt in Stadt fährt, jetzt nicht in einem gebirgigen Gegend wohnt, kommt er mit dem Motor überall hin. Es ist sehr, sehr leise und es ist der effizienteste Motor, den Bosch je gebaut hat. Wir haben hier einen Verbrauch, weit weniger als der CX. Man kommt sehr weit damit. Kettenschutz zum Beispiel ist bei dem Fahrrad auch dabei. Das sieht man immer weniger. Aber das Fahrrad ist genau für Leute gemacht, die Komfort suchen, die jetzt nicht im Gebirge fahren, die jeden Tag damit einkaufen fahren wollen. Was du auch siehst, der Einstieg, der ist ziemlich breit. Der kommt auch dadurch zustande, weil ich einen aufgesetzten Akku habe. Wenn ich jetzt einen Intube habe, müssen die zwei Rohre sehr nah beieinander sein. Das sehen wir auch an anderen Fahrrädern, damit die Stabilität hergegeben ist. Aber bei dieser Rahmenform habe ich die Möglichkeit, auch einen komfortablen Einstieg für die Leute anzubieten. Für ältere Kundschaft natürlich ganz wichtig. Da bleibst du halt mit dem Fuß nicht immer hängen. Was du noch siehst, ist der filigrane Rahmenform. Der kommt auch zustande, weil ich den On-Type-Akku habe. Früher war es ja so, man wollte ja immer verstecken, dass man ein E-Bike fährt. Heutzutage steht man ja dazu. Das ist ja nichts Schlimmes. Echt? Und ja, wenn wir mir jetzt hinter dir das Fahrrad zeigen. Alle wollten das ja immer integriert haben, damit man das nicht sieht. Ist das der Neue drin? Das heißt, die Integrierten sterben jetzt? Nee, aber beides wird weitergeführt. Also On-Type wird nicht sterben. Viele dachten ja, On-Type wird sterben. Nee. Ich glaube, was ich nicht mehr so oft sehe, ist, dass der Akku hinter dem Mittelrohr... Gibt es doch, doch. Im Norden gibt es es immer. Also es kommt immer darauf, wo man auch ist. Unser Laden war ja auch sehr... Verkauft sehr viele sportive Räder. Wenn wir jetzt Richtung Süden gehen, gibt es halt sehr viele Gebirge. Da sind halt die sportiven Räder unterwegs. Aber jetzt, wenn du Richtung Norden gehst, da siehst du nur Räder, die einen Gepäckträger-Akku haben. Das entwickelt auch Bosch oder vor allem in Holland. Ein Kunststoff-Gepäckträger ist es nicht? Es ist aus Metall natürlich. Bis 20 oder 25 Kilow? 25. 25 Kilow. Guck mal hier vorne, du hast das Riesendisplay mit drin, das Purion. Das hat sich auch bewährt, auch bei Mountainbikes mittlerweile, immer auf der Mainzat. Das ist immer am Mainzat. Das Fahrrad darf man jetzt auch nicht zum Beispiel mit dem High-End-Fahrrad mit 10.000 Euro, wo eine Neon dran ist, wo du die Connectivity habe, Navigation, etc. vergleichen. Dafür ist es auch nicht gemacht. 5.799 Euro, dafür kriegt man gleich zwei. Denn das Coole ist, der Preis, 2.799 Euro, ist glaube ich ein fairer Preis. Da hast du noch eine Marge dran, da ist 20% Mehrheitssteuer mit drin, muss man auch dazu sagen. Und es ist ein namhaftes Rad mit einem namhaften Motor. Wir haben ein Bosch-System, wir haben Markenkomponenten, wir haben Shimano, Scheibenbremse, wir haben Schwalbe-Reifung, wir haben Rahmen, was in Deutschland lackiert wird. Das Fahrrad wird auch komplett in Deutschland zusammengebaut. Und noch ist es ein wirklich fairer Preis. In Zukunft wird das Fahrrad sicherlich auch mehr kosten durch die Inflation. Das Fahrrad wird auch nächstes Jahr weitergeführt, übernächstes Jahr auch. Und im Treckenrad-Bereich, bei uns im Einstieg, ist es natürlich der beste Land. Das haben wir auch in zwei Farben da. Jetzt kann man auch die Option haben mit Rücktritt, das ist jetzt ohne Rücktritt. Wenn man Rücktritt haben will, haben wir das auch da. Und wir haben es sogar mit Kettenschaltung da. Wie du es schon am anderen Moderator noch gesagt hast, diese Bacherie-Einlage wurde ja von Kalkow entwickelt. Wir finden, es ist sehr gelungen. Es sieht wirklich sehr schön aus. Es ist jetzt so ein Klotz, der direkt da drauf ist. Was wir noch beachtet haben, der Vorgänger hatte keinen Flaschenhalter. Hier haben wir sogar die Möglichkeit, Flaschenhalter oder Schloss auch dran zu machen. Rahmengrößen? In allen vielen Rahmengrößen haben wir es da, in beiden Farben. Also auch für ganz kleine? Auch für ganz kleine. Haben wir alles da. Sehr schön. Ja, mit integriertem Schloss sogar. Ist da auch so eine Kette mit dabei? Die Kette ist extra. Und dann kann man das quasi in so ein Trelock-Dings reinmachen. Da hat man nur einen Schlüssel, was man da mit sich tragen muss. So, wir filmen heute, 20. November 2022. Wir sind in Gießen. Die Firma heißt Witschweig-Bornemann. In genau zwei Monaten seid ihr 100 Jahre alt. Und... Ne, noch nicht mal. März. In vier Monaten. So, vier Monaten seid ihr 100 Jahre alt. Und das Jahr 2023 wird wirklich ein ganz tolles Jahr werden mit vielen Feuerwerken. Guckt euch das Video an. Ihr habt weit über 100.000 Fahrräder immer vorrätig. Hat man so das Gefühl, aber es sind ein paar Tausend habt ihr immer da. Ein paar Tausend sind immer, ja. Das ist jetzt eins von ganz vielen, aber ein preiswertes Modell, das verkauft ihr oft? Sehr oft. Das ist unser besterlei im Einstiegsbereich. Also von denen haben wir jetzt, glaube ich, 40, 50 Stück bekommen. Ja. Bekommen dann immer wieder welche rein in Zukunft. Das ist ein solides Fahrrad, ne? Von wann muss man seid ihr auf? Öffnungssagen. Immer von 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr und samstags von 10.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Donnerstags ist auch unser Ruhetag. Mitten in der Innenstadt, wo genau? In der Katharinengasse 14.00 Uhr. Einfach beim Karstadtparkhaus parken und dann 30, 40 Sekunden zu uns laufen. Leute kommen aus ganz Deutschland her, kann ich es auch bestellen? Ich kann es gerne auch bestellen. Einfach bei uns anrufen, dann dieses Fahrrad, genau in der Größe will ich es haben. Schickt mir das, dann machen wir das. Das läuft auch mittlerweile über unsere Website. Aber ja. Tschüss Majid. Genau. Tschüss. Tschüss.